Wenn dieser vegane Burger nicht lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Mal wieder aus dem Bereich veganen Rezepte. Ich habe meiner Kreativität freien Lauf gelassen und heute gibt es Crispy Tofu Burger mit Vegan Cheese Pommes. Wie der schmeckt, weiß ich noch nicht, weil das ist jetzt meine erste Portion hier. Ich hoffe, der schmeckt genauso gut, wie er aussieht. Da ist auch eine richtig geile, geschmolzene Scheibe Vegan Cheddar Käse drauf. Ich möchte heute nicht allzu viel schnacken. Ich glaube, das spricht für sich. Ich lasse es mir gleich gut gehen mit dem. Danach geht es auf jeden Fall zum Sport und mache hier parallel doch meinen Vegan Vlog. Wir switchen jetzt rüber zur Küche, zur Zubereitung und freue mich, wenn ihr nachher nochmal einschaltet nach dem Video. Da gibt es nochmal eine kurze Info für euch. Also viel Spaß erstmal beim Zugucken und dann sehen wir uns nachher nochmal. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Musik 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 So, da bin ich wieder herzlich willkommen zurück. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, freue ich mich einfach total, weil dann heißt es einfach, du hast nochmal Interesse daran, dass du hier bist. Es war in der Küche vorhin total heiß. Respekt an alle Mitarbeiter einer Küche, vom Restaurant, von einer Burgerkette oder sonst irgendwas. Also Hut ab. Auf jeden Fall ist es so, dass wir kurz vor den 50 Abonnenten stehen und ich würde mich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat, dass du mir jetzt ein Abo dalässt. Aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst, wenn ich es hochlade. Und lass mir jetzt auch gerne ein Like da, das supportet mich immens. Und wenn du Bock hast, dann gebe ich dir jetzt einmal das Support-Wort fürs Video. Tofu Burger. Wir haben einmal kurz die 50 Abonnenten schon geknackt am Anfang letzter Woche, aber da ist dann irgendjemand wieder abgesprungen. Und ich möchte einfach sehr viel noch mit euch machen. Ich habe richtig, richtig viel vor mit der ganzen Community. Ich hoffe, dass wir sehr, sehr groß werden zusammen. Jetzt nochmal zur Info. Wenn wir die 50 Abonnenten knacken und darüber hinaus, also so, dass wir safe 50 Abonnenten sind, dann mache ich eine kleine Verlosung für einen Gutschein oder sonst irgendwas nach deiner Wahl. Also bitte versichere dich, dass du abonniert bist, dass du ein Like dalässt und dass du auch gerne kommentierst mit dem Support-Wort. Das zum einen, zum anderen muss ich mal gucken, wie das Ganze funktioniert mit einer Verlosung. Ob ich das hier auf dem YouTube-Kanal machen kann oder ob ich das vielleicht auf Instagram machen muss, das muss ich schauen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass du da bist. Klick sehr gerne auf den Abo-Button jetzt, weil ich gesehen habe, dass nur 15% circa der Leute, die die Videos sehen, auch abonniert sind. Deswegen freue ich mich sehr, wenn du das jetzt machst. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht. Egal wo du bist, lasse dir ganz liebe Grüße da. Wünsche dir einen schönen Tag. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Da wird es auch wieder sehr spannend. Wenn du es nicht verpassen willst, dann bleib gerne dran. Ich melde mich jetzt ab. Wir sehen uns und bis zum nächsten Video. Ciao.